Na dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Vielleicht irgendwas, was du noch nicht hattest. Dann musst du mir das sagen, wo du noch keine Medaille drin hast. Und das sehe ich? Ja. Okay. Oh, wir sind die Schlechtesten im nächsten Team. Ja, und ich mit Abstand die Schlechtesten. So, wo ist bei dir noch keine Medaille drin? Die oberen beiden, der Sentinel und der Rand der Leere. Dann machen wir Rand der Leere. Ich muss zwar das Archiv noch eine Silbermedaille kriegen, aber das ist schon okay. Ja, da habe ich eine Bronze. Ihr werdet noch zwei, die Archivfolgen. Gut gemacht, Stone. Isaac ist nicht so das. Oh, jetzt haben wir schon 20 Zuschauer. Yes, läuft. Oh nein, sind wir bald zurück in die Zukunft? Was? Das wäre, das, ähm. Ähm. Ne, war sie jetzt auf dem ganzen Planeten, das wäre jetzt nicht so schön. So, welchen Schar spielen wir denn jetzt? Welchen soll ich spielen? Mal was anderes, probier einfach mal was anderes. Ich habe aber nicht so viele, ne? Ja, ich weiß, aber einfach mal ausprobieren. Na, Vorschläge? Was ist denn das, dieses Shane und Aurox? Was machen die denn? Das ist ziemlich witzig. Der hat einfach einen Typen oben drauf, das ist ein Fernkämpfer auf jeden Fall. Und... Dann probiere ich mal den aus. Genau. So, was soll ich spielen? Was soll ich spielen? Hm. Ich mag nicht so sehr Nahkämpfer. Aber würde ich auch mal spielen aus Spaß und Freude. Das Beste ist, ich stehe jetzt ganz vorne mit diesem riesen Ding. Die hinteren Beinen sind einfach verdeckt. Ich könnte Atticus spielen, den großen Ding. Ein Katsitschar. Ein Katsitschar? Nein, Boldo ist Kacke. Katsitschar. Ah, hier, guck mal. Ich spiele hier Kaldarius. Das ist ein bisschen wie... Katsitschar? Ja, fast. Nein, der hat nur flammende Flügel. Das ist ein Robokatsi. Der hat flammende Flügel. Das ist kein Katsitschar. Das ist ein Robokatsi. Du bist so doof. Das ist meins eher ein Katzi als deins. Wow, diesmal sogar zu fünft. Hoffentlich. Borakuso, leider zu spät geschrieben. Wie gesagt, ich kann es auch gerne nochmal anbieten, wenn einer von euch mit uns spielen möchte, sagt Bescheid. Dann adde ich euch auf Steam und dann könnt ihr mit uns zusammen eine Runde spielen. Aber ohne TeamSpeak oder so. Sondern nur aus Spaß an der Freude. Was ist das für ein Schad? Wow, wie cool. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist die aus dem Tutorial. Auch die fand ich ziemlich cool. Ich gruselte. Yeah. Ich bin Optimus Prime. Ja. Was kann der hier denn? Guck mal. Ausprobier einfach mal deine Fähigkeiten aus. Allerregende Wirkung auf KI. Alle gehen schon. Oh je, das Portal pulsiert. Achtung, Nova. Was macht Nova denn da hinten, wenn die im Raum steht? Ich habe einen Boomerang. Jo, immer mit rechter Maustaste kämpfen. Die ist seine stärkste Waffe. Ich kann nicht 10. Was macht Nova für ein Quatsch? Oh, das hört sich ja gut an. Was ist das? Wie oft spielen wir Battleborn? Ja, also Midi hat seit heute und ich seit vorgestern. Ja, ich spiele das schon ungefähr zwei Stunden lang. Genau. Das ist aber doch ein Nahkämpfer, das Ding. Nee, 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 die Fährkampfwaffe ist stärker. Du kannst nachher skillen, dass die auf mehrere Gegner rumberspringt. Also so eine Gläwe. Das ist voll krass. Ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich bisher schon irgendwo Schaden gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kriege gerade den ganz dick aufs Maul. Komm mal zurück. Oh, okay, level up. Ich muss auch deutlich zurückkommen. Ich weiß nicht mal, was die Fähigkeiten machen. Du hast einmal deinen Vieh nach vorne schicken. Der greift dann einen Gegner und zieht ihn zu dir hin. Das habe ich verstanden. Und das andere, was macht das? Das geht so, dass dann auch alles orange um mich. Drück mal. Kann ich gerade nicht. Ja, und jetzt? Siehst du das? Du bist unsichtbar. Und was bringt mir das? Naja, du wirst nicht angegriffen. Achso! Haha, du bist so lange unsichtbar, bist du das, ähm, oben in der Mitte läuft das ab oder du drückst die Taste nochmal und dann machst du eine AUE-Explosion auf dem Boden, wo du stehst. Wo, wo geht ihr alle hin? Muss hoch? Links anscheinend. Ah, okay, interessant. Wer will Stress? Die Typen, die diese Monster beschwören, gehen mir um Sack. Wir werden von hinten angegriffen. Deine Kleve ist auf jeden Fall eine stärkere Waffe. Was? Deine Kleve ist auf jeden Fall stärker. Meine, was? Diese Sichel, die wirfst. Ich nenne die jetzt Kleve. Ich weiß nicht, wie man die sonst nennen soll. Und jetzt hast du dein Ultimate. Und das, ähm... Ich würde sagen, das ist ein Pumarang, aber okay. Dieser Landeplatz wäre perfekt, wenn es dort nicht, äh, von Generiten wimmeln würde. Werdet sie los und macht Platz für Nova. Nova muss landen. Nova so unfähig. Muss er deine Skills mal durchzählen. Du kannst auch zum Beispiel den Skill, der Gegner heranzieht, so skillen, dass er beim Eintreffen einfach explodiert und keinen zu dir hinzieht. Was ein bisschen praktischer ist, was zum, äh, für Distanzschaden. Ich bin Optimus Prime. Sterbt. Ah, was ist das? Hier ist wieder so ein Typ, der seine Freunde ruft. Oh, da ist einer down. Ja, ich beschwöre, ich rette ihn. Genau. Noch irgendwo wer, der Stress will? Ja. Jawoll, ja. Okay, noch ein neues Talett. Ähm. Hinter uns. Was ist das da für ein Arm? Was machen die da? Kacke. Ich hätte vielleicht nicht nach oben gucken sollen. Ich habe gesagt hinter uns. Hüffer? Bist du down? Hallo, du Karo. Nein. Wo bin ich hingesprungen? Oh nein, ich bin ganz unten. Wie kommt man hier wieder hoch? Ah, hier ist eine Treppe. Treppen. Ich wollte dich heilen und irgendwie... Ist okay. Steht's bemüht. Ich schätze, das große Loch im Himmel hat eure Aufmerksamkeit geweckt. Ach, Quatsch. Hüffer, schafft uns die Ehren. Ich hörte schon, dass ihr Bastarde hier seid und musste euch persönlich begrüßen. Im Klartext. Ich bin tot. Lust. Ich bin froh, dass ihr hier seid, weil es mir noch zwei Lieblingstätigkeiten ermöglicht. Für das Imperium zu siegen und meine Feinde niederzustellen. Ach, ich glaube, du bist gerade wiederbelebt. Habe, ob es immer noch weh. Sie hat noch zwölf Sekunden zu mir zu kommen. Lasst euch Zeit. Noch fünf Sekunden. Nein, ich wollte gerade einen wiederbeleben und bin selber gestorben. Oh, scheiße. Die sind gerade alle tot, ne? Das ist nur noch der eine Typ am Leben. Okay, ich komme. Ich habe ein extra Leben verbraucht. Das habe ich gut gemacht. Tut mir so leid. Das war nicht meine Absicht. Vor allem habe ich auch meinen Roboter, das habe ich verloren. Ich habe gerade gekauft. Verdammt, Scheiße. Ich komme mit dem Charakter überhaupt nicht zurecht. Keine Ahnung, ob ich überhaupt schon irgendjemandem Schaden gemacht habe. Kein Plan. Siehst du halt immer, wenn weiße Zahlen aufsteigen. Du hast auf jeden Fall getroffen. Ja, bis jetzt habe ich nichts gesehen. Vielleicht kommt das auch nur so vor. Also die Klebe macht sehr viel Schaden, der Bumerang. Ja, es gibt immer Charsen mit den, kommt mal besser klar. Und die Charsen mit den. Oh, jetzt seid schon alle davor gelaufen. Ja, die Treppe hoch. Finde ich nicht gut. Das ist alles voll aus schwarzer Seuche. Das ist so eklig. Hallo. Ich drücke da mal auf den Knopf. Was ist immer das auch bedeutet? Jetzt will ich euch lieber gleich töten. Oh, das wollte ich nicht. Was kommt da? Oh nein! Nicht gut. Ah, hast so viel Schaden bekommen. Oh, was passiert jetzt? Ein, ein, ein Boss. Oh, Lord Nix. Das ist ein toller Name. Da, konntest du mir mal auf die Weg gehen. Oh, der hat da links in deinem Weg gespawnt. Hier spawnen keiner mehr. Was sind meine Ultimates? Ah, du kannst irgendwo hinziehen und dann macht's Bum an der Stelle. Ich mach einfach nur meine Finger so. Doch, ich mach meine Finger so zur Pistole und dann... Achso, das ist dann dein Ultimate. Das ist wahrscheinlich dann stärker. Ja, ich weiß, dass das mal ein Ultimate ist. Was ist das jetzt für ein Ding? Unfähig, er hat unfähig gesagt. Was müssen wir machen? Ihn beschützen. Er ist Wolf. Okay. Was greift er an? Was ist los mit dem? Er ist dumm wie ein Brod und du wirst du nach Tod. Ist doch wohl logisch. Nicht vergessen, Wolf hat alle möglichen Gimmicks, die man auf dem Kriegsfahrt zum Portal verbessern kann. Er setzt sie ein. Der Splitterverteiler, der das Kraftfeld antreibt, kann nicht weit weg sein. Zerstört ihn, aber behalte... Boah, kriegt der Wolf Schaden. Von überall vor allem. Ja, aber wie soll man das denn auch verhindern bei so vielen Truppen? Vor allem schießen die alle auf Entfernung, ne? Ja. Der Wichter wird angegriffen. Da oben ist er. Größer. Tödlicher. Tödlicher. Nicht wirklich größer. Tödlicher. Irgendwer muss da hoch. Oh, hier unten ist einer. Okay, ist frei. Können weiter. Okay. Wir können halt an dem Vieh nachher eine stärkere Waffe aktivieren und so für eine Weile. Leider nicht für immer. Was ein bisschen schade ist. Hallo? Keiner zu Hause? Niemand hier. Wo lauft ihr denn lang? Irgendwo. Ich suche halt. Hier. Maloui hat seinen Twitch-Chat nicht mehr an der Trottel. Maloui muss auch spielen und hier will ich verlieren. Das ist gar nicht so einfach. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das Spiel hier ist nicht ohne. Nee, irgendwie nicht so. Lässt kaum Konzentration über. Dann tschüßen bald. Du meinst, dass ich dich ignoriere. Es tut mir leid. Es geht nicht. Ich kann dieses Spiel nicht spielen und die ganze Zeit Chat lesen. Es geht leider einfach nicht. Nee, nicht wirklich. Von da oben links kommen welche. Kein Chat-Spiel. Die sind nicht böse gemeint. Da ist einer bei uns. Okay, hat die selber Daumen gemacht. Ja, viele schafft er alleine. Scheiße, Varelsi. Die mag doch keiner. Wo seid ihr eigentlich alle? Ja, ich verteidige dann mal den. Ja, du machst es schon gut. Ich komm zurück. Du hast recht. Hast du mittlerweile einen Wohmerang, dass er mehrere Gegner trifft? Weiß ich nicht, nee. Schon geskillt? Vielleicht habe ich es übersehen, aber... Ich weiß nicht, ob wann das kommt. Aber es kommt. Oh, das ist gar kein Gegner. Der ist so lila wie ein Gegner. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020